Sagt die eine Wand zu der anderen? Treffen wir uns an der Ecke? Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies mit Medagra. Ach ja. Hä? Ach, der ist kacke. Okay. Ich glaube, das sind gute. Ich scrolle mal runter. So. Ha. Moment. Mal kurz hier um das Spiel kümmern. Das Spiel ist gerade total nebensächlich geworden. Was sagt ein Gen, wenn es ein anderes trifft? Hallo, Gen. Ja. Die Poli... Die Polizei hat einen Penis gefasst. Er hat gestanden. Okay, der nächste ist wirklich unterirdisch. Warum sieht man keine Ameisen in der Kirche? Weil sie Insekten sind. Versteht ihr? Insekten. 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 Der Inder, Inder, Inderin. Was hängt im Urlaub an den Bäumen? Nein, 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 scheiße. Ich... Oh Mann, ich habe die Bisschen saut. Ich wollte sagen, was hängt im Urwald an den Bäumen? Bei mir in meinem Urlaub. Hachmann, kacke, ich habe ihn verkackt. Oh, kacke, ich habe ihn verkackt. Ah, wie bringt man eine Katze zum Wälder? Benzin rübergießen und anzünden. Und anzünden. Wuff. Naja, den nächsten verstehe ich nicht. Treffen sich zwei, der erste kommt nicht. Naja, okay. Naja. Der ergibt sogar Sinn. Den verstehe ich jetzt absolut nicht. Naja. Ähm. Oh. Kommt ein Pferd in die Bar. Sagt der Wirt, warum so ein langes Gesicht? Sagt der Wirt, warum so ein langes Gesicht ist. Oh Mann. Hä? Was macht eine Fliege in der Suppe? Rückenschwimmen. Hä? Wieso denn? Hä? Muss ich den verstehen? Treffen sich zwei Päpste. Okay, den verstehe ich auch nicht. Oder ich bin einfach so dumm dafür. Oder ich komme nicht drauf. Ja, ein impotenter. Wieder auf den Desktop geklickt. Ach, den habe ich jetzt aber mal erfunden. Äh, Moment. Wie ging der nochmal? Mal, äh. Ha, achso, ja. Sagt ein Blinder zu einem Taubstummen. Ich hab dich gesehen. Sagt der Taubstumme. Ja, ich hab's gehört. Oh Mann. Ah. Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Hört sich die Zombies. So. Hm? Check ich nicht. Naja. Da sind gleich zwei. Zwei. Aber zwei in dieselbe Reihe zu setzen, bringt ja nix. Lädt an Kanibale seine Frau zum Essen ein. Oh Gott. Oh, bitte. Ich scroll runter. Ja, den kennt doch wirklich jeder. Wohin fliegt ein schwuler Adler zu seinem Horst? Cola schmeckt besser als aus dem Glas. Alter, Alter. Was ist rot und liegt auf dem Acker? Eine alte Bauernregel. Ne, den find ich scheiße. Oh, solche find ich kacke, solche Witze. Ich kann's einmal vorlesen, damit man versteht, was ich meine. Äh, Moment. Konzentrieren aufs Spiel. Oh, hier alles Duplinator und... Erst jetzt kommen die, 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 die... Erbsenkanonen. Nur wenn das so ist. Oh. Ähm, naja. Ähm. Stehen zwei Pilze im Wald, sagte einer Hallo, meinte andere, heißt Maupilze können nicht sprechen. Sowas hasse ich. Solche Witze sind nicht lustig. Check ich nicht. Check ich nicht. Naja. Naja, die sind scheiße irgendwie. Sitzen zwei Leichen auf einer Mauer, eine fällt runter, beide tot. Was hat vier Beine und einen Arm? Ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz. Hier. Ich ficke dich mit dem Messer. Was ist ein Lüneburger, der aus der Kirche ausgetreten ist? Ein Lüneburger Heide. Oh, ein Diamant, den ich nicht brauche. Alter. Was ist blau und steht am Straßenrand? Eine Frostituierte. Mhm. Mhm. Was ist braun und klopf an die Scheibe? Ein Baby im Backofen? Hä? Ja, okay. Schon klar, aber man hätte jetzt alles da hinschreiben können. Ein Punkt, Punkt, Punkt im Backofen. Ja, warum gerade ein... Alter, ich verstehe es nicht. Muss schon halbwegs Sinn ergeben. So, euch brauche ich nicht. Moment. Boah, die sind alle so lang. Kriegen sich zwei Glatzen in die Haare. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Und gewonnen. Ach, komm, scheiß auf. Jetzt habe ich keine Flachwissen mehr. Ach. Klicke ich mal hier rauf. Hä? Was ist das denn? Ach, habe ich wohl draufgeklebt. Ach. Ich lebe. Jetzt kommen ja die Level. Komm, um euch kümmere ich mich nicht. Ist mir jetzt auch scheißegal. Kann ich doch eigentlich auch... Ach, frisst er nicht. Okay. Naja, muss ich wohl mit der Zeit loswerden. Oh, sagt der Kellner zum Gast. Hatten sie Barsch bestellt? Nein, höflich! Es tut weh. Naja. Ah, 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 ah. Den... Den rächen. Ah. Ich hätte das Level neu starten müssen. T's? Herr Oberl, zahlen bitte. Wie bitte? Zahlen. Elf, dreißig, dreitausend, sieben. Oh, Mann. Ähm. So. Sop. Alter, so unterirdische Scheiße, dass sie da hier steht. Was, du denn ein Einheimiger in der Einkaufsstraße? Ein Secondhand-Shop. Du duftst. Oh, Mann. Oh, Mann. Was gibt's noch? Ich kenn doch... Ich kenn doch so viele. Alter. Oder, ne. Heißen Sirup. Oder kalten Sirup. Brains. Ach, komm, diese Scheiße. Suche ich neue. Ach, die sind aber kacke. Ach, Mann. Ich muss später suchen. Ja, nach dem Part guck ich dann mal. Dauert ja nur noch zwei Minuten. Oh, Mann. Pff, das war grad dumm. Komm, Grabfresser. Baum, 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 Baum. Baum, 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 Baum. Überall blühten. Hat jemand geheiratet? Frisst das Ding. So. Die krieg ich dann nur noch schwer weg. Ich soll mal die hier bauen. Sonst krieg ich Probleme. Schlafe nur. Ja, genau. Schlafe nur. Schokolade. Ah, ich will das doch weghaben. Okay. Komm, 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 komm. Friss schneller, friss schneller. Los, schneller, 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 schneller. Ah, sauber. Sub, sub. Ach, noch 10 Sekunden. La, 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 la. Ey, musst Part beenden, Spaß. Okay, du, Spaß. Jo, dann tschüss, bis zum nächsten Part.